Heute, vor einem Jahr am 30. Dezember 2019, verschicken die Gesundheitsbehörden in Wuhan dieses Schreiben. Sie warnen darin vor einer neuartigen Lungenerkrankung und bitten Krankenhäuser, ähnliche Fälle zu melden. Es war der Beginn der Corona-Pandemie, die zunächst in China, in Italien und dann weltweit wütet. In Österreich wird das Virus erstmals Ende Februar nachgewiesen. Patrick Grusker blickt zurück auf das Corona-Jahr in Österreich. Am 25. Februar werden die ersten beiden Corona-Fälle in Österreich bekannt. Eine 24-jährige Angestellte eines Tiroler Hotels und ihr Freund werden positiv getestet. Zuvor waren beide in Italien auf Urlaub. Im März eskaliert die Situation in Österreich. Der Tiroler Skiort Ischgl wird unter anderem vom deutschen Robert-Koch-Institut auf eine Risikostufe mit der chinesischen Provinz Wuhan gestellt. Die Tiroler Behörden versuchen tagelang zu beruhigen. Man habe die Situation im Griff, man dürfe jetzt nicht nervös werden. Erst eine Woche später wird die Skisaison auf Druck von außen für beendet erklärt. Weitere drei Tage später wird das Paznauntal unter Quarantäne gestellt. Über 10.000 weltweite Infektionsfälle lassen sich auf Ischgl zurückführen. Tirols Landeshauptmann Platter bleibt aber dabei, dass Tirol alles richtig gemacht hätte. Man hat natürlich die Situation eskalieren lassen in Ischgl, indem er das noch ein paar Tage hat weiterlaufen lassen, indem er nicht gut kommuniziert hat, indem er dann alle relativ chaotisch hat abreisen lassen. Das hat natürlich zu einer Verbreitung des Coronavirus in ganz Europa massiv beigetragen. Auch eine später eingesetzte Untersuchungskommission sieht Fehleinschätzungen der Behörden. Die Infektionszahlen steigen im Frühling weiter. Die Bundesregierung verhängt über das ganze Land einen harten Lockdown. Ab 16. März sind alle Geschäfte geschlossen. Ausgenommen sind nur Supermärkte und Geschäfte für den täglichen Bedarf. Es herrschen strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen in Österreich halten sich an die Maßnahmen, auch weil die Polizei streng kontrolliert und straft. Nicht immer rechtens, wie sich noch zeigen wird. Auch nach dem Lockdown sinken die Infektionszahlen weiter auf teilweise deutlich unter 50 Neuinfektionen pro Tag. Zum Sommer hin lockert die Regierung die Corona-Maßnahmen immer weiter. Vor allem um die Sommertourismus-Saison in Österreich zu retten. Trotz Corona-Konzepten kommt es aber, wie in St. Wolfgang in Oberösterreich, erneut zu klastern. Auch Reiserückkehrer, die in anderen Ländern Urlaub gemacht haben, werden zum Problem. Die Zahlen steigen wieder an. Ich glaube, man hatte lange gehofft, dass sozusagen ein ähnliches System funktionieren könnte wie im Frühjahr. Also das mit Appell und Verantwortungsbewusstsein, Abstand halten etc. Es gelingt, die Zahlen entsprechend zurückzudrängen. Das, was leider auch nicht optimal funktioniert hat, ist eben die rasche Identifizierung von Erkrankten und die Nachverfolgung. Also diese Schwächen, die man im Frühjahr gesehen hat und die im Sommer dann nicht ausgemerzt worden sind. Lockdown light. Die Zahlen steigen Richtung Herbst immer weiter an. Und zwar so dramatisch, dass die Intensivstationen an den Rand der Belastbarkeit und darüber hinaus kommen. Ein Lockdown light soll Anfang November die Infektionszahlen wieder nach unten treiben. Das gelingt aber nicht im gewünschten Maße. Harter Lockdown 2. Nur knapp zwei Wochen nach dem Lockdown light verkündet die Regierung einen zweiten harten Lockdown. Mittlerweile wurde wieder gelockert, vor allem in Richtung Feiertage und Weihnachtsgeschäft. Ich bin froh, dass die Zahlen zurückgegangen sind, aber das Niveau ist einfach noch viel zu hoch. Und man sieht einfach, dass es nicht mehr so gut funktioniert wie im Frühjahr. Das Grundproblem ist, dass man sich diese rote Linie dort setzt, wenn das Gesundheitssystem überlastet ist. Und das heißt, man reagiert erst dann stark, wenn die Zahlen in den Krankenhäusern, die Belegung der Intensivbetten stark ansteigt. Und das ist viel zu spät, sondern man läuft der Pandemie damit immer hinterher. Nach den Weihnachtsfeiertagen beginnt bereits der dritte harte Lockdown. Bis Mitte Jänner bleiben dann Geschäfte, Schulen und Restaurants erneut geschlossen. Danach gibt es Massentests. Wer sich nicht testen lassen will, muss eine weitere Woche zu Hause bleiben.